Laozi sagt, was die Raupe Ende der Welt nennt, nennt der Rest der Welt Schmetterling. Erkennen ist krasser als Tun. Ich bin überzeugt, dass Klarheit der Schlüssel zu sich selber ist. Mein Name ist Jan und mein Podcast hat zum Ziel, dich zu inspirieren, dein Leben und dein Business noch reicher und klarer gestalten zu können. Dafür gibt es bei mir Solo-Folgen und Gespräche mit interessanten Gästen in meiner Show. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude mit dieser Podcast-Folge. Moin aus Hamburg, hier ist der Jan. Ja, und Tag 16 meiner Challenge. Und ich hau so eine Überschrift raus, oder? Das Ende des Coaches mit Hut. Ja, der Coach mit Hut ist am Ende. Ihn gibt es mit dem heutigen Tag nicht mehr. Nein, das ist nicht das Ende, also Jan Schmiel. Es ist auch nicht das Ende meiner Tätigkeit als Coach. Ganz im Gegenteil. Laozi sagt, was die Raupe Ende der Welt nennt, nennt der Rest der Welt Schmetterling. Und das, was jetzt passiert, ist ein Ergebnis eines Prozesses, der im Februar letzten Jahres begonnen hat. Also lange vor dieser Corona-Krise. Es ist das Ergebnis einer langen und sehr tiefen Reflexion. Der Coach mit Hut war und ist eine Marke, die im Kopf bleibt. Das stimmt. Doch es ist auch eine Maske, hinter der ich mich als Persönlichkeit verstecken konnte. Eine Maske, die meine wahren Fähigkeiten und Aufgaben gut versteckt hat. Es ist für mich das Symbol des nur Überlebens und nicht des Auslebens. Das Ergebnis dieser Maske war, dass kaum jemand, der eine Coaching-Unterstützung suchte, sich direkt beim Coach mit Hut gemeldet hat. Es fehlte die Spezialisierung und es fehlte auch ein wenig die Ernsthaftigkeit. Das wurde mir sehr klar, als man meine geliebte Maske als süß bezeichnete. Gleich mehrfach. Die Menschen, die sich von mir haben coachen lassen, wissen eines ganz genau. Ich bin nicht süß und verspielt schon gar nicht. Wer zu mir ins Coaching kommt, wird gefordert und ehrlich gespiegelt. Er geht aus seiner Komfortzone und findet in mir einen Coach, der ihn mit viel Erfahrung, Empathie, Intelligenz und auch Spaß und unkonventionellen Herangehensweisen an sein Ziel begleitet. Ich bin nun einen Schritt weiter in meiner Entwicklung, habe meine Zeit genutzt zu reflektieren und um weiter zu wachsen. Das konnte meine Marke ja nicht mehr mithalten. Du merkst, das fällt mir schon ganz schön schwer, denn ich liebe mein Logo und ich mag den Namen. Wir haben uns aber quasi auseinandergelebt. Vielleicht nutzt du die nächsten Tage ja auch einmal die Zeit zu reflektieren, was deine Marke so mit dir macht. Und als Marke meine ich auch dich als Persönlichkeit. Als ich heute mit einem sehr alten Freund telefonierte, meinte er, die Krise hat ihn ins Homeoffice gedrängt und dadurch wird ihm jeden Tag mindestens zwei Stunden Zeit geschenkt. Die hätte er mit der Fahrt ins Büro und einkaufen und so weiter verbracht. Er beginnt, seine Zeit gerade anders wertzuschätzen, überdenkt die Dinge, die ihm noch vor einem Monat als wichtig galten. Er erkennt gerade, wie wichtig ihm seine Lebenszeit auf dieser Welt ist. Wie wichtig es ist, nicht nur zu überleben, sondern zu leben. Er fängt gerade an, Sachen wie Freunde zu treffen, ins Kino zu gehen, einen Restaurantbesuch und den Urlaub an der See ganz anders zu bewerten. Er hat festgestellt, dass er die Dinge außerhalb seines Arbeitsalltags völlig vergessen hatte. Er erschreckte bei dem Gedanken daran, wie wenig Aufmerksamkeit sein restliches Leben neben der Arbeit von ihm bekommen hat. Und lass dir gesagt sein, das wird auch bei dir so kommen. Dann nutze deine geschenkte Zeit gut und denke mal über deinen Alltag nach. Was ist dir wirklich wichtig? Worüber definierst du dein Leben? Ist es die Arbeit, deine Reisen, deine Wohnung, die Partys? Oder was ist es? Die Erde braucht gerade ganz offensichtlich mal eine Pause von uns und sie macht es, dass sie uns Zeit schenkt. Was ist, wenn du morgen nicht mehr da bist? Wenn dein altes Leben so nicht mehr von dir gelebt werden könnte, was hättest du dann noch? Und glaubt mir, diese Fragen habe ich mir in den letzten zwölf Monaten sehr oft gestellt. In einer Zeit, die viel mehr Ablenkungsmöglichkeiten für mich parat hatte. Du hast gerade die leichtere Zeit, denn viele deiner Ablenkungsmöglichkeiten sind gerade einfach nicht mehr da. Irgendwann ist jede Wohnung geputzt, jede Serie geschaut, jedes Buch gelesen und auch jeder Podcast gehört. Und was kommt dann? Irgendwann, ja, irgendwann wirst du wie in so einem Schweigekloster in deine Gedanken fallen. Und warum so lange warten und nicht gleich damit anfangen? Mein Tipp als Coach und gerade als dein Podcaster, vergeudet diese Chance nicht. Wer weiß, wann dir sich so eine Tür nochmal öffnet. Die meisten Menschen kommen zu uns Coaches, wenn der Druck, der Schmerz in ihrem Leben so groß ist, dass sie es nicht mehr alleine meistern können. Da ist es doch jetzt viel besser, mal diesen Schritt zu gehen, oder? So, ha, wer bin ich nun? Also als erstes, ich weiß, was und wer ich nicht bin. Das ist ja auch meistens die einfachste Antwort, ja. Also ich bin kein Webdesigner und Programmierer. Das heißt, meine Webseite ist noch nicht perfekt. Es fehlt zum Beispiel die Anbindung an einen Newsletter-Service, aber die kommt noch. Diese Anbindung hat mir in den letzten sieben Tagen einiges an Nerven gekostet. Und ich habe gesagt, jetzt machst du mal eine Pause. Also ich werde hier darüber berichten, wann sie da ist. Oder du gehst einfach jeden Tag auf meine Webseite und guckst, ob sie da ist. Wäre auch schön, also für mich und den Traffic. Aber ich werde hier darüber berichten. Das kann ich ja nicht von dir verlangen. Und was du aber machen kannst, du kannst dir jetzt in meinem Online-Kalender Termine für ein kostenfreies Erstgespräch servieren. Alleine das, also allein, dass ich das hinbekommen habe, das macht mich schon echt stolz. Ja, auf meiner neuen Webseite lasse ich viele meiner Klienten zu Worte kommen. Gleich das erste Video zeigt reale Klienten von mir. Ich bin sehr dankbar, dass sie ihr Gesicht, ihre Stimme und das finde ich ganz wichtig, ihren Text bei mir beim Filmdreh zur Verfügung gestellt haben. So, und wo findest du das Ganze jetzt? Also A, Link wird in den Shownotes stehen. B, kannst du heute gleich mal gucken unter www.janschmiedel.coach. Das ist nun meine neue Heimat als Coach. Um ganz genau zu sein, als Mentalcoach. Ich werde in Zukunft nur noch als Mentalcoach und natürlich hier als Podcaster arbeiten und alles, was so drumherum war, einstellen oder outsourcen. Keine Ablenkung mehr, absolut fokussiert. Mein Ziel ist es, dass meine Klienten sich zu Hause in ihrem Leben fühlen. Gerade in der aktuellen Zeit wird das noch ein sehr spannendes Thema sein. Ich möchte, dass du dich zu Hause in deinem Leben fühlst. Das ist meine Aufgabe auf diesem Planeten, die ich mit all mir zur Verfügung stehenden Mitteln erfüllen will und werde. Es ist Zeit, ja, in einer Zeit, die sich wie so ein Raupenkokon anfühlt, eben diesen aufzubrechen und als Schmetterling ein wundervolles, neues oder anderes Leben zu beginnen. Nicht nur für mich. Und damit, dass das für alle geschehen kann, biete ich dir natürlich meine Unterstützung an. So angedacht war eigentlich so eine Aktion für die ersten zehn Menschen, die sich melden. So eine Eröffnungsfeier, so mit Luftballons und so, kennst du auch. Das habe ich mir anders überlegt. Wie das Leben so spielt, darf man immer flexibel sein. Hat hier auch was mit Glück zu tun, Flexibilität, wie du in meiner Podcast-Folge 333 erfahren hast. Wenn nicht, dann steht der Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Also ich biete dir, ja, als Eröffnung in diesen Zeiten, also ich biete dir doch als Schmetterling, ja, ich biete dir jetzt an, dich ein halbes Jahr von mir online begleiten zu lassen. Und zwar von mir. Es ist kein Online-Produkt, wo du irgendwelche Videos siehst, sondern von mir live. Ja, wir coachen mit Zoom und nehmen jedes Coaching auf, so hast du nach unserer Stunde das Coaching noch zusätzlich zu Hause und kannst es dir nochmal ansehen und damit arbeiten oder auch ein paar Wochen später. Da sind meistens wieder neue Informationen drin. Ja, wir sehen uns, so oft es nötig ist in diesem halben Jahr. Also es ist auch kein Angebot, wo ich sage, wir sehen uns doch sechsmal oder so. Nein, wir sehen uns öfters. Gerade jetzt kann das nämlich öfters mal zum Tragen kommen in diesen Zeiten. Wir beide machen zu Beginn des Coachings eine Persönlichkeitsanalyse deiner genetisch verankerten Bedürfnisse. Das sind die Bedürfnisse, von denen ich ja ab und zu schon mal gesprochen habe, die bleiben und sich nicht verändern werden. Einige von denen, wie Aktivität, also man will sich bewegen, ja. Einige von denen oder auch Führung, ich möchte gerne die Kontrolle haben, wenn du nicht rausgehen kannst, ist das immer so eine Sache fürs Unterbewusstsein. Gerade solche Dinge können dich in diesen Zeiten mächtig nerven und deiner Energie rauben. Da ist es mir wichtig, dass du sie kennst und lernst oder lernen kannst, mit ihnen gut umzugehen. Das wird deine Zeit nach dem Virus übrigens mächtig verbessern. So, und da mein Vermieter gerne seine Miete haben möchte und auch Edeka hier nebenan mir meine Nahrungsmittel nicht schenkt, kann ich dir das natürlich nicht kostenfrei anbieten. Ja, ich lebe noch lange nicht in einer finanziellen Freiheit. Aber ich habe mir meine unterste Schmerzgrenze als oberste Preislatte genommen für den Staat. Mit dem Preis bin ich wirklich nicht in der Lage, Geld zurückzulegen. Aber jetzt auch gerade nicht die Zeit, um reich zu werden. Ja, mein Idealismus, der kleine Weltenretter in mir, der möchte so viele Menschen wie möglich unterstützen. Jetzt, ja, jetzt sollten wir nämlich zusammen das Beste aus der Situation machen. So wie wir beide können. Und du weißt ja, ein Deal muss sich für beide Seiten gut anfühlen. Also, ich biete jetzt mal ganz konkret dir alles ab 2380 Euro brutto an. Warum sage ich ab? Bevor wir beide zusammenarbeiten, brauche ich ein paar Informationen von dir, um abzuschätzen, was wir machen. Wenn wir uns, ich übertreibe mal, jeden Tag sehen, dann werde ich mit dem Preis höher liegen. Was du sicherlich verstehst. Aber das klären wir zusammen. Und jetzt, ja, und jetzt, nachdem wir das zusammen klären, also du kannst einen Termin ausmachen, du kannst mich anrufen, mir eine Mail schicken. Auch die alten Wege gehen natürlich noch. Dass wir zusammen reden. Ja. Und jetzt kommt noch ein kleiner Spoiler. Ha, Spoiler-Alarm. In den nächsten Tagen habe ich hohen Besuch in meinem Podcast. Sehr hohen Besuch, möchte ich dazu nur sagen. So. Und für heute schließe ich meinen Podcast mit dem Zitat vom Anfang. Was die Raupe Ende der Welt nennt, nennt der Rest der Welt Schmetterling. Wie sähe dein Schmetterling aus? Bis dann, der Jan. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes sehr freuen. Oder du folgst mir bei Spotify, teilst meine Folgen mit deinen Freunden, sprichst drüber oder du rufst mich einfach an. Für heute sage ich, bis dann, der Jan. Für heute sage ich, bis dann, der Jan.